Herzlich Willkommen zum Technologie-Seminar der Hochschule Karlsruhe in Zusammenarbeit mit dem VDI-Forum Karlsruhe Digitale Transformation. Die Anfänge der Computertechnologie waren durch Analogrechner geprägt. Sie ermöglichten Forschern komplexe Gleichungen zu lösen und physikalische Systeme zu simulieren. Annabritt strebt an, die Welt des Computing zu verändern, indem sie Analog und Digital vereinen. Analogcomputer bieten einzigartige Vorteile gegenüber digitalen Computern. Durch diese Fusion wird ein optimierter Computer geschaffen, der die Vorteile beider nutzt. Herr Bertram Anderer von der Firma Annabritt wird uns das Konzept des Analogcomputers on a Chip näher bringen. Freuen Sie sich auf einen interessanten Vortrag an der Hochschule Karlsruhe.